Jetzt ist ja das Thema Ökologie auch immer ganz groß. Was steckt an ökologischen Gedanken in des Bayou-Puls? Sehr, sehr wichtig. Wir reden hier von der Nachhaltigkeit und von dem Vertrauensbeweis, den wir unseren Kunden jeden Tag wieder bringen müssen. Zum einen bei der Fertigung. Sie sollten wissen, dass wir unsere Verschalung aus alten, verbrauchten Milchflaschen herstellen. Das ist ja interessant. 6.400 Milchflaschen pro 8x4 Pool werden hier wieder verarbeitet.